Hi und herzlich willkommen zum neuen Video von Spielpirat, dem Weihnachts-Special Nr. 38. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit den zwei Linksdreher. Also ich werde beide auf Links drehen lassen. Und jetzt könnte alle sagen, ja, das ist ein Nachteil für Meteo. Jeder spielt seine Stärken aus und ich denke, das sollte auch so sein. Und somit starten wir hier gleich mit dem Ultimate Gravity Destroyer Attack. Und dem Meteo Eldrago. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, dass ich euch hier eine gute Unterhaltung präsentieren kann. Leute, die ihr jetzt sicherlich festgestellt habt, unsere Folgen sind raus, die wir drinnen hatten. Da gab es leider Probleme und somit mussten wir uns eine neue Lösung einfallen lassen. Die haben wir auch gefunden. Ich werde euch da, wie gesagt, noch informieren, was passieren wird. Und ihr werdet aber bestimmt in Zukunft auf dem einen oder anderen Weg die Möglichkeit haben, alles zu sehen. So, starten tun wir hier mit dem Ultimate Gravity Destroyer Attack in die erste Runde. So, hier an dieser Stelle geht der erste Sieg an Meteo Eldrago. Klassisch rausgekickt. Nun geht's in die zweite Runde. Tja, hier kommt das Gummi natürlich. Meteo nicht gerade zum Vorteil, somit für den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Der erste Punkt. Zweite Runde, also 1-1. Start in die dritte. So, beide haben sich gleichzeitig rausgekickt. Wir haben hier den Unentschieden. Draw. Somit nach wie vor 1-1. Auf geht's in die vierte Runde. Meteo mal eben kurz raus und wieder rein gekommen, können wir von ihm. Der stört sich da nicht immer dran. Was wird passieren? Also ich schätze, dass hier die Flat definitiven Vorteile hat gegenüber der Left Flat vom Meteo, was Ausdauer angeht. Na ja, klar, die Ausbremsung durch die Gummi-Beschichtung. Somit haben wir hier ein 2-1 gegen Ultimate Gravity. Neuer nächster Kampf entscheidet entweder gewinnt Ultimate oder wir haben eine Verlängerung in dieser Runde. Fünfter Kampf. Beide haben sich berührt und somit ist mir hier nicht ganz alleine rausgefallen. Das heißt, wir haben hier einen 3-1-Sieg für den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr auch bei diesem Video wieder dabei gewesen seid. Und wünsche euch noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Videos. Bis dahin, euer Spielpirat.